Anton Hügli ist ein Schweizer Philosoph. Leben Hügli besuchte die Kantonsschule Solothurn, die er 1960 mit dem Primallehrer-Patent abschloss. Nach einer Tätigkeit als Primallehrer studierte er ab 1962 Philosophie und die Nebenfächer Psychologie, Germanistik, Nordistik und Mathematik an den Universitäten Basel und Kopenhagen. Als Assistent am Philosophischen Seminar der Universität Basel wurde er 1970 promoviert. Von 1973 bis 1976 absolvierte Hügli einen Forschungs- und Studienaufenthalt an der Universität Oxford. Von 1977 bis 1981 war er als Lehrbeauftragter an der Universität Münster tätig. Gleichzeitig leitete er die Zentralredaktion des Historischen Wörterbuchs der Philosophie. 1981 wurde Hügli an der Universität Bielefeld für das Fach Philosophie habilitiert. Von 1981 bis 2001 war er Direktor des Pädagogischen Instituts Baselstadt. 1993 berief ihn die Universität Basel zum außerordentlichen Professor für Philosophie der Erziehung. Und von 2001 bis zur Emeritierung 2005 war er dort Professor für Philosophie und Pädagogik und Vorsteher der Abteilung Pädagogik. Schriften, als Autor, die Erkenntnis der Subjektivität und die Objektivität des Erkennens bei Sören Kierkegaard, Theologischer Verlag Zürich 1973, Philosophie und Pädagogik, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1999, als Herausgeber, mit Paul Lipke, Philosophielexikon, Personen und Begriffe der abendländischen Philosophie von der Antike bis zur Gegenwart. Rowold Reinbeck bei Hamburg 1991, mit Paul Lipke, Philosophie im 20. Jahrhundert. Zwei Bände, Rowold Reinbeck bei Hamburg 1992, 1993 still.